Was hast du im Rucksack? Ich habe eine Federtasche, ein paar Bücher, Hefte und... Die deutsche Hausaufgabe, den Hausschlüssel und das Familienfoto. Was hast du im Rucksack? Was hast du in deiner Federtasche? Ich habe ein paar Stifte und Bleistifte, einen Radierer, einen Markierstift und den Fühlfeder meines Vaters. Was hast du im Rucksack? Ich habe einen Stift, ein Buch und ein Heft. Das war es? Ja, ich habe nur einen Unterricht. Was hast du im Rucksack? 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 Was hast du im Rucksack?